Ngawai Hono ist die neue Königin von Neuseeland. Mit 27 Jahren stellte sie einen Weltrekord auf und wurde die jüngste regierende Monarchin. Ngawai ist äußerst beliebt und viele Menschen sehen in ihr eine wahre Retterin des Maori-Volkes. Wie lebt die neue Königin und was verbirgt sie? Was hat sie in ihrem Gesichtstattoo verschlüsselt? Und warum fand ihre Krönungszeremonie während einer Beerdigung statt? Sehen Sie sich das gesamte Video an, um es herauszufinden. Los geht's! Neuseeland ist das einzige Land der Welt, das gleich zwei Monarchen hat, den britischen König Charles III und den Herrscher des indigenen Volkes der Maori. Im September 2024 wurde Ngawai Hono zur neuen Königin ernannt. Sie ist die jüngste Tochter von König Tuhaizia Potatau, der nur ein paar Tage nach dem Fest zu seinem 18. Jubiläum an den Folgen einer Herz-OP gestorben ist. Ein ungewöhnlicher Trauerzug aus vier prächtig geschmückten Booten zog den größten Fluss Neuseelands entlang, den Waikato. In einem der Bote wurde der Leichnam des verstorbenen Königs mitgeführt. Er regierte das Volk 18 Jahre lang und kämpfte unermüdlich für dessen Rechte. Da die Maori nach ihrer Konversion zum Katholizismus bestimmte Bräuche geändert haben, wurde dem König nicht der Kopf abgetrennt, noch wurde er einbalsamiert, wie es vor der Ankunft der Europäer üblich war. Der König wurde auf dem hohen Berg Taupiri begraben, wo sich auch der Friedhof der lokalen Monarchen befindet. Die Krönungszeremonie der neuen Königin beendete eine Woche der Trauer um den verstorbenen Maori-König. Ngawai saß am Sarg ihres Vaters und trug einen Kranz aus Blättern, so wie eine Halskette aus Fischbein, während ergreifende Riten, Gebete und Gesänge abgehalten wurden. Ihr Gesicht wurde mit wohlriechenden Ölen gesalbt und dann wurde eine Bibel auf ihren Kopf gelegt. Ein Ritual, das seit 1858 bei Maori-Krönungen Tradition hat. Ngawai wurde die zweite weibliche Maori-Königin in der Geschichte des Titels. Ihre beiden älteren Brüder beanspruchten ebenfalls den Thron, aber der Ältestenrat wählte sie. Natürlich war die Wahl kein Zufall. Ngawai ist nicht nur die Tochter des letzten Königs, sondern genießt auch unter den einfachen Leuten großes Ansehen. Sie wurde im Januar 1997 in die königliche Familie von Kingitanga hineingeboren. Zu dieser Zeit war die Maori-Monarchin auch eine Frau, die Großmutter des Neugeborenen. Sie war es, die den Namen für das Mädchen auswählte. Und dieser Name ist mehr als nur eine schöne Wortkombination. Tatsächlich sind die Maori-Stämme in Neuseeland nicht immer vereint. Im Namen des Mädchens verschlüsselte die damalige Königin eine einigende Mission, die ihre Enkelin eines Tages erfüllen sollte. Und etwas später erfahren sie, warum Ngawai dieses seltsame Tattoo im Gesicht hat. Sie werden überrascht sein, wenn sie die genaue Bedeutung dahinter erfahren. Ngawai wurde von früher Kindheit an auf ihre Rolle als Vereinigende Anführerin vorbereitet. Sie nahm die kulturellen und spirituellen Traditionen ihres Volkes von klein auf und erhielt ihre Schulbildung sogar nicht auf Englisch, sondern in der Maori-Sprache. An der Universität von Waikato erwarb sie einen Masterabschluss in Maori-Kultur. Ihre Leistungen waren so beeindruckend, dass sie bereits im zweiten Studienjahr begann, die Kunst des Kapahaka zu unterrichten. Eine Mischung aus rituellem Maori-Tanz und Nahkampf. Vor allem dank Ngawai gewann Kapahaka schnell an Popularität. Heute tanzen tausende von einfachen Neuseeländern und sogar Parlamentsabgeordnete Kapahaka. Und die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, die stärkste Mannschaft der Welt, führt diesen Tanz vor jedem internationalen Spiel auf. Im Alter von 19 Jahren, am Jahrestag der Krönung des Königs, ließ sich die Prinzessin als Geschenk für ihren Vater eine rituelle Tätowierung namens Tamoko auf ihr Kinn stechen. In dieser Tätowierung sind ihr Name und ihr königlicher Status verschlüsselt. Dieser symbolische Akt festigte ihre Verpflichtung, ihrem Volk zu dienen. Mehrere Jahre lang begleitete sie ihren Vater zu kulturellen und politischen Veranstaltungen sowie auf internationalen Reisen. Während eines Besuchs des Maori-Führers in London wurde Ngawai insbesondere Prinz Charles vorgestellt, der später König von Großbritannien und Neuseeland wurde. Als Prinzessin beaufsichtigte sie die Arbeit von Wohltätigkeitsstiftungen, die dem Maori-Volk helfen. Von den fünf Millionen Einwohnern Neuseelands sind etwa 900.000 Menschen Ureinwohner. Das entspricht etwa 17 Prozent der Bevölkerung des Landes, deren Lebensstandard oft deutlich niedriger ist als der der weißen Neuseeländer. Dies ist auf die Segregation der Maori und bestimmte kulturelle Besonderheiten zurückzuführen. Nach den Traditionen dieses Volkes muss ein echter Maori ein Krieger sein. Daher ist Geschäftstätigkeit bei ihnen eher unüblich. Gleichzeitig machen Maori fast die Hälfte der Insassen in neuseeländischen Gefängnissen aus. Wie Ngawai sagt, ist es ihr Traum, den edlen Kampfgeist ihres Volkes zu bewahren und in das moderne Leben zu integrieren. Zu diesem Zweck organisiert die Königin zahlreiche Bildungskurse. Sie versucht, bei ihren Landsleuten den Wunsch zu wecken, zu lernen, zu arbeiten und kreativ zu sein. Es gibt jedoch auch einige Aspekte ihres Privatlebens, die die Königin lieber geheim hält. Bald werden sie erfahren, worum es dabei geht. Rechtlich gesehen könnte man den Titel von Ngawai als zeremoniell bezeichnen. Doch in Wirklichkeit ist ihr Einfluss enorm. Sie ist weitaus mehr als nur eine symbolische Anführerin der Maori. Sie ist die spirituelle Stimme ihres Volkes. Was sie sagt und tut, hat großen Einfluss auf die Stabilität im Land. Damit die indigene Bevölkerung im politischen System wirklich vertreten ist, unterstützt die Königin, die Maori-Partei. Diese Partei bringt regelmäßig einige Vertreter ins neuseeländische Parlament. Und diese Vertreter fallen auf. Statt Krawatten tragen manche von ihnen traditionelle Amulette. Und tanzen sogar ihren Lieblingstanz, den Kapa Haka, mitten im Parlament. Im Moment wird das alles noch als eine Art lokale Exotik betrachtet. Aber schon bald könnte sich einiges ändern. Denn die Maori-Bevölkerung wächst rasant, viel schneller als die der weißen Bürger. Schätzungen zufolge könnten bis Mitte des 21. Jahrhunderts schon 30 oder sogar 40 Prozent der Neuseeländer Maori sein. In diesem Fall würde Königin Ngawai noch viel mehr Einfluss gewinnen. Das Privatleben der Königin ist jedoch in ein Geheimnis gehüllt. Sie achtet sorgfältig darauf, dass ihre Beziehungen zu Männern die Mauern der Residenz nicht verlassen und nicht in der Boulevardpresse landen. Über ihr Privatleben zu sprechen, ist für Ngawai ein Tabu. Dieses Wort, wie auch das allen Spielern bekannte Mana, wurde der Menschheit übrigens von den Maori geschenkt. Ein weiterer großer Traum der Königin ist es, die polynesische Kultur weltweit bekannt zu machen. Sie ist überzeugt, dass die Menschen Neuseeland nicht nur als das Land sehen sollten, in dem Avatar und der Herr der Ringe gedreht wurden. Viel wichtiger ist es, Neuseeland als Heimat eines beeindruckenden Volkes zu kennen, in dessen DNA Genetiker ein einzigartiges Kriegergen entdeckt haben. Aber um wirklich glücklich zu sein, müssen die Maori heute nicht mehr kämpfen. Davon ist Ngawai fest überzeugt. Sie ist bereit, alles dafür zu tun, damit dieser Traum Wirklichkeit wird. In der Zwischenzeit sieht die Königin ihre Mission in der Wiederbelebung der Maori-Kultur und Sprache. Ihr größter Traum ist die harmonische Vereinigung der Maori und Weißen, zu einer Nation mit einem gemeinsamen kulturellen Code. Vieles wurde bereits erreicht. Die Nachkommen der britischen Kolonialherren tanzen gerne Kapahaka und sind stolz auf ihre einzigartigen Traditionen. Gleichzeitig werden immer mehr Maori zu erfolgreichen Geschäftsleuten, die ihr Kriegergen in Geschäftsverhandlungen einsetzen und erfolgreiche Abschlüsse erzielen. So kommt das aktive Engagement von Ngawai allen Neuseeländern zugute. Die neue Königin hat ihr Amt zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt für ihr Volk angetreten, da Neuseeland mit Herausforderungen in den Rassenbeziehungen, Einschränkungen der Verwendung der Maori-Sprache und den Rechten der Ureinwohner zu kämpfen hat. Wir wünschen der neuen Königin von Neuseeland viel Erfolg bei der Verwirklichung ihres edlen Ziels, ihrem Volk zu dienen. Was halten Sie von dieser jüngsten Königin der Welt? Teilen Sie uns gerne Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Bitte abonnieren Sie den Kanal und geben Sie dem Video ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis bald!